Bedarfsorientierte Bildungswege in der Chemie, kurz BB-Chemie, das ist eines von 17 Teilprojekten der bundesweiten Exzellenzinitiative INNOVET des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Petra Esch von der Provades ist die Projektleiterin und will gemeinsam mit dem Verbundpartner Technische Universität Dortmund die berufliche Ausbildung stärken und sie für die Chemiebranche zukunftsfest machen. Petra Wir möchten gerne neue Wege aufzeigen, junge Menschen in duale Ausbildung zu bringen, dem Abituriententrend und zum Studium ein bisschen auch entgegenzuwirken und bieten deshalb mit verschiedenen Teilprojekten was an, ein Modellprojekt sowohl für lernschwächere Jugendliche als auch für stärkere Jugendliche. Teilprojekt 1, die Ermöglichungsstrategien, richtet sich vorwiegend an die leistungsschwächeren Jugendlichen. Praktisch orientiert, aber oftmals mit Problemen in großen Unternehmen Fuß zu fassen, da sie gewisse Einstellungskriterien nicht erfüllen. Unter spezifischer Anleitung und Lernprozessbegleitung, gezielten Trainingsangeboten sowie individueller Prüfungsvorbereitung haben diese Nachwuchskräfte die Chance, ihren erfolgreichen Weg in die berufliche Zukunft der Metalltechnik zu starten, bis hin zum Industriemechaniker. Eine Möglichkeit, welche die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit, welche eine von 20 Unterstützungspartnern des Projektes ist, sehr begrüßt. Insbesondere ist natürlich hervorzuheben, dass es jungen Menschen mit schwierigen Startvoraussetzungen ermöglicht wird, unmittelbar in eine duale Ausbildung, in eine zweijährige Ausbildung einzusteigen, mit Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern an ihrer Seite erfolgreich die Ausbildung zu durchlaufen und dann die Chance zu haben, auch in eine dreijährige Ausbildung umzuswitchen an der Stelle. Und das ist die beste Karrieremöglichkeit ohne Warteschleifen, ohne unnötige Wege im Übergangssystem. Die Akademische Ausbildungsallianz ist das zweite Teilprojekt, ein Hybridangebot in der IT für leistungsstarke Jugendliche mit Interesse an Informatik. Es beinhaltet über zwölf Monate hinweg den Einstieg in die Ausbildung zum Fachinformatiker sowie zum Bachelor Informatik. Sie bekommen in der Zeit Einblicke in die vier Lernorte Berufsschule und ProBades Ausbildung sowie in Unternehmen und die ProBades Hochschule. Mit einem begleitenden, laufbaren Coaching und entsprechenden Leistungsnachweisen fällt danach die Entscheidung, die Ausbildung fortzusetzen, den Bachelor of Science abzuschließen oder eben beide Abschlüsse zu machen. Was mir wichtig ist, sind das Ansätze, die aus der Praxis herausgewonnen wurden. Also wir in der Chemie legen ganz viel Wert darauf, dass wir natürlich auf der Grundlage von theoretischen Kenntnissen Ausbildung und auch Weiterbildung entwickeln und weiterentwickeln, aber das immer auch aus der Praxis heraus begründen. Und bei dem Projekt sehe ich das vorbildlich. Dr. Andreas Ogrins vom BRVC und Jörg Kunkel von der IG BCE beteiligen sich als Sozialpartner der Chemie- und Pharmaindustrie an dem Babychemie-Projekt. Für sie ist es von elementarer Bedeutung, dem demografischen Fachkräftemangel sowie der immer komplexer werdenden Arbeitswelt entgegenzuwirken, dieser gerecht zu werden. Babychemie zielt genau darauf ab, denn das Projekt beinhaltet ebenfalls die Grundlagenausbildung, genau genommen die Professionalisierung der ausbildenden Fachkräfte. Dies ist Teilprojekt 3, das Weiterbildungsprogramm. Denn es ist klar, dass die Ausbildungspersonal vor neuen Herausforderungen gestellt wird, sowohl mit leistungsschwächeren als auch mit leistungsstärkeren umzugehen, mit unterschiedlichen Nationalitäten, die im Hintergrund noch schweben. Und da auch dieses Ausbildungspersonal zu unterstützen mit einer qualifizierten Unterstützung in Form einer Ausbildung. Es geht um die Schaffung innovativer Zugänge zur beruflichen Bildung und attraktiver Bildungswege in der Chemie unter spezifischer Anleitung qualifizierter Ausbildung. Daran arbeiten alle 20 Projektpartner. Gerade die Sozialpartnerschaft der BAVC und der IG BCE beweist den Mehrwert einer gemeinschaftlichen und zielorientierten Projektarbeit. Das wäre auch was, was es wirklich wert ist, auch in die Politik zu transportieren, den Gedanken der Chemie-Sozialpartnerschaft. Das sind wirklich nicht nur vorbildlich, sondern auch ganz konkret in der Ausbildung, in der Weiterbildung sehr, sehr gut unterwegs. Gestalten Ausbildungsordnungen partnerschaftlich. Das Thema Weiterbildung gehen wir auch partnerschaftlich an. Das sollte viel, viel stärker in der Gesellschaft gesehen und auch entsprechend praktiziert werden. Die Arbeitswelt ist im Wandel. ProBades und die Verbundpartnerschaften mit dem Innovet-Projekt BB Chemie attraktive und hochwertige Qualifizierungsangebote für die berufliche Aus- und Weiterbildung und gestalten praxisorientierte Ansätze gegen den Fachkräftemangel, gezielt und zukunftsorientiert. Ich halte dieses Projekt für herausragend, weil es uns in die Lage versetzt, auch als wirklich großes deutsches Bildungshaus neue Wege zu bestreiten und mit neuen Modellen die Attraktivität der beruflichen Ausbildung zu steigern. Das Thema Exzellenz spielt nicht nur an Universitäten eine Rolle, sondern auch in der beruflichen Bildung. Und auch dort brauchen wir berufliche Exzellenz. Letztendlich ist die duale Ausbildung das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und insofern sind wir auch sehr froh, dass wir uns mit BB Chemie platzieren konnten als eine der 17 Exzellenzinitiativen, die es in diesem Innovet-Programm gibt.